Seid ihr geil. Also ihr, das deutsche Publikum. Ja, mit euch kann man nur über Scheiße reden. Herzlich willkommen. Ein Jahr lang mussten wir warten. Dieses Camp könnte tatsächlich als Psychocamp in die Geschichte eingehen, weil wir haben so viele Bemackte. Erstmal finde ich, dass überhaupt keine Stars mehr dabei sind. Das heißt ja, ich bin ein Star, holt mich heraus und ich bin ein Suppenhund aus einer Castingshow und ich komme jetzt da rein und wieder raus. Und in diesem Jahr sind ja so viele, ich würde mal sagen, auch psychiatrisch auffällige Leute da drin, mit Krankheiten. Und dabei ist ADHS noch das geringste Problem. Auf jeden Fall und da wird halt morgen wahrscheinlich immer, wie bei einer Flugübergs Kuckucksnest, kommt dann die Schwester mit dem Tablett. Medikamentenausgabe und dann kommen sie alle und kriegen ihre Tablette auf die Zunge gelegt. Da gibt es Leute, die sind so doof, sich den Weg von ihrer Liege zum Klo zu merken. Ich finde, diese Staffel hat doch jetzt sehr vielversprechend angefangen. Alle Psychosen? Psychosen? Psychokuschel-Camp, ja der Friedhof der Psychokuscheltiere. Selbstmordgeschichten im Dschungel-Camp. Der Selbstmord wird an, ja so zwischen Toilettengang und Frühstück zerbiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man bei seiner Meinung bleibt, dass man sich nicht im Nachhinein nochmal zurückrudert. Dann vielleicht ändert sich da noch meine Meinung. Noch mal meine Meinung revidieren? Man kann ja seine Meinung auch ändern. Wenn du bei der nächsten Werbepause das nochmal änderst, dann machst du das selber. Wieso ist Kada Loth eigentlich überhaupt nur am Ansatz prominent? Ihre Interviews sind schon legendär. Also vorhin, can you give me a naked massage? What? Sie wollte, glaube ich, eine Nackenmassage. Die arme Australierin fragt sich immer noch, wer war diese komisch umgebaute Frau, die mich nackt haben wollte. Unser verfressener Studiohund Biggie. Der Hund hat gefurrt. Nein, ich bin sie sympathisch. Sie sieht... Oh, Nina. Ist das schlimm? Wirklich, der hat mich angefurrt. Also wie ist ich... Das heißt... Ich habe Gina-Lisa jahrelang begleitet, dann ging das nicht mehr. Ich habe wegen ihr wieder angefangen zu rauchen. Es gibt Rechnungen, die besagen, dass Gina-Lisa im Puff von Berti mit mehreren dubiosen Menschen aus dem Milieu für 6.500 Euro getrunken hat. Da kam die wirklich mit diesem Haufen unseriöser Typen rein, hat sich dann in diesem Laden breitgemacht und hat gesagt, Champagner Crystal White. Die trinkt doch nur Moe Eis. Ich gucke den Bert an. Wahrscheinlich meinte die das auch, weil ich war so mal wieder zugeguckt oder das weiß ich, keine Ahnung. Dann hat der echt diesen Champagner besorgt für die Dame. So, pass auf. Und dann hat die gesagt, okay, ich muss mal kurz raus. Und dann war die weg. Die hat sich verpisst. Gina, komm. Ja, aber dass sie so abgefuckt ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die Frau, die ist verbraucht, die prallt Zechen, nicht nur die vom Bär, die prallt mehrere Zechen. Die ist jetzt hier wegen dieser Vergewaltigungsgeschichte, wo sie den Prozess verloren hat. Und jetzt tut sie da ein auf Unschuldslämpchen dunkle Haare extra und äh, 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 äh. Halt die Fresse, 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 halt die Fresse. Nee, Alter, hör doch mal auf. Da kommt mir Erbrochenes, steigt mir in die Mundhöhle. Also ich würde sagen, Florian ist Gina-Lisas Service-Doc. Also so ein Blindenhund. Blindenhund, ja. Trinken, was da ist und Gina-Lisas, was da ist. Ich frage mich dann mit diesen ganzen Femen, mit den ganzen Frauenaktivisten, den Lesbengruppen, alle, die sie unterstützt haben während des Prozesses. Ja, wo waren denn gestern die schlüpfrigen Finger? Wohl nicht an der Drehscheibe vom Telefon, oder? Das Angerufen hat dann doch keiner für Sie. Ich muss hier mal schnell eine Brustwarze schwärzen, weil wir auch bei Facebook senden. Titten, Titten, Titten. Leute, können Sie mal bitte auch ranzen. Monster, Titten, ist mir egal, wirst bald dran ersticken, ist mir egal. Irgendwann macht es mal Bumm. Hanka ist wie Waterboarding. Du liegst auf deiner Liege und die singt und dann redet sie und dann umarmt sie wieder einen Baum. Und irgendwann willst du doch mal deine Ruhe haben. Und dann liegst du und du schlummerst gerade entspannt und dann kommt 1000% oder 500%. Ist bei dir eigentlich was zu holen, wenn du jetzt verklagt wirst? Also erstmal muss man mich ja zur Anzeige bringen. Und das berechtigt. So, weil die Leute, die da kommen, die wissen nicht, dass ich sehr gut aufgestellt bin mit meinen Anwälten. Und dass das, was ich sage, die Wahrheit ist. Deswegen, meine Ärmel sind hochgekrempelt, ich habe aber gar keine mehr. So, die können kommen. Das ist mir so scheißegal. Honey, 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 honey. Wo kommt der Typ her? Sollen wir mal recherchieren, wer seine Eiersteiger hat? Den Honey, der scheint irgendwie, der scheint irgendwie ein Narren an, den die Fresse haben. Außerdem wollen sie wahrscheinlich weiterschauen, ob der Gina-Lisa nun da im Camp rumpoppt oder nicht, nehm ich mal an. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug down under. Ich muss mal eben dahin, denn tief im Dschungel drin, da hockt der schönste Mann der Welt, der hauptsächlich sich selbst gefällt. Also Honey ist für mich sowieso eine Mozzarella. Man denkt ja immer, dass er ein Arschloch ist, aber er ist unglaublich charmant zu Frauen. Und der hat mich hochiert, der hat mich zu Champagner eingeladen, das war großartig. Ich fühlte mich... Ich wusste, dass der schwul ist. Ich war... Hallo, Mausi, Brausi. Ich will auch die Mutter seines Sohns, das wäre schon schön. Ach, das wäre so wie so eine kleine Familie, Mutter, Vater, Kind. Honey ist halt so ein klassischer Blutegel. Für mich ist das ein linke Bazille. Der Vaterlot wollte den ja auch schon umbringen. Du musst es ja auch erst mal schaffen, in der Beliebtheitsskala unter Florian Vest und einen dicken, fetten Mann aus Malle zu rutschen. Let the motherfucker burn! Ich erwarte jetzt, dass du die Nummer von Honey auf der Stelle aus deinem Telefon löscht. Ich schäme mich. Lösch sie einfach. Hat sonst doch jemand die Nummer von Honey von euch? Alle elf Minuten verliebt sich jemand an Marc Trill. Und wenn der Mann Deutsch könnte, wäre der nicht mal entertaining. Der ist nur entertainend, weil er so ein schlechtes Deutsch spricht und mit dem lustigen amerikanischen Akzent. Ich denke, habt ihr gesehen, der Blick, als ich zum ersten Mal Marc Terencey und Sarah Joel getroffen habe, wie sie sich begegnet sind? Dieser Blick-Fick bei denen? Was ist bei den beiden? Die arbeiten beide im sexuell darstellenden Gewerbe. Also die ziehen sich für Geld aus. Das ist der gleiche Stallgeruch bei denen. Ich will Marc Terencey nochmal nackt sehen. Use Condoms. Sarah Joel hat dir das Handy geklaut? Sarah Joel hat mir mein Handy geklaut, dann habe ich das geordnet und dann habe ich es bei ihr gefunden. Die ist so ein bisschen, hat einen leichten kleptomanischen Tick, ja. Die hatte so Schuhe von mir an und so eine Hose. Und dann habe ich so, hä? Aber das sind doch meine Sachen. Und dann habe ich sie gefragt und dann habe ich, die hatte mir in einem Jahr davor im Promi-Bickballer damals aus den Sachen rausgeklaut, aus meinem Klamotten, also aus meinem Gepäck rausgeklaut. Wie wäre es denn? Oh, ähm, wollen wir nicht in einem Lesben-Video drehen, Sarah Joel? Haltest du, das wäre gut? Das wäre super, was ich, Michaela Schäfer und Sarah Joel kurz vor Einzug gedreht haben? Und dann, pff, ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Wenn du zahlst, dann hast du das Bonus-Mein. Michaela macht manchmal solche Sachen, ja. Also manchmal, wenn man mit ihr unterwegs ist, sagt sie, ja komm, wir knutschen und drehen ein Video. Ich so, nee. Und dann will sie dann knutschen, dann knutschst du nicht richtig mit ihr, dann sagt sie, küsst mich die Leidenschaft. Ich so, nee, ich will aber nicht. Warum willst du das denn? Ja, genau. Ich stehe jetzt nicht auf Michaela. Oh, wie tickt Markus Majorski wirklich? Der ist beklatscht. Der ist beklatscht. Wenn der durch die Decke geht, der schlägt alles zusammen. Wer hier unterbricht oder ins Wort fällt, einen großen Schluck davon und dann ist die Sendung aber zur Hälfte für euch vorbei. Prost erstmal. Drosen verschenkst du nicht mehr, oder? Doch, das gehört eigentlich immer so ein bisschen dazu. Die Frauen, wenn die auch ein Autogramm oder ein Foto nachher wollen, die fragen immer, ja und wo ist meine Rose? Sperma schmeckt wie Rhabarber. Stimmt das? Also ich habe noch nie gewusst, dass Sperma überhaupt nach Rhabarber schmeckt. Kein geschweige Weise nicht mehr, wie Rhabarber schmeckt. Ich habe Sperma getrunken, aber vom Kamel und das hat nach Ouzo geschmeckt. Helena möchte sich Fett in den Arsch spritzen lassen. Und zwar möchte sich Helena nicht irgendein Fett in den Hintern spritzen lassen. Sein Fett. Sondern das von Ernesto. Stimmt, ich sehe hier kein Fan, das ist das Wort. Hier. Dr. Holger Klose, mit dem haben wir letzte Woche über deine bekloppte Idee geredet und er sagte, sie wird daran sterben. Aber Rikki zacka, Rikki zacka, hoi hoi hoi. Ich wollte mich als Bundeskanzlerin bewerben. Du musst ja nur populär sein, nicht vorbestraft und deutschstaatsbürgerin. All diese Kriterien erfülle ich. Und ich meine, eine Helena Fürst als Bundeskanzlerin, auch nicht schlecht, aber leider ist die Frist abgelaufen. Wir würden sofort in den dritten Weltkrieg schädeln. Ich lese Rechtschreibschwäche. Accessoires. Accessoires. A mit zwei C auf jeden Fall, mit zwei S. Also A, zwei C, also A, zwei C, E, S, S, A, C, C, A, C, A, C, A, C. Ich habe noch einen Grund gefunden, warum ich vielleicht doch ins Dschungelcamp gehen würde. Ich würde gerne die Sonja Ziegloh knallen. Wir waren heute für 17,95 Euro einkaufen und haben sehr viele leckere Sachen, die gerade in Kombination sehr gut miteinander schmecken, gekauft. Und das werde ich am Ende der Sendung zusammen mixen. Und einer von euch muss es trinken. Geil, das sauf ich. Das saufst du? Ja, klar. Dann nehmen wir Maggi dazu. Oh, das war viel. Oh, das war mega. Und denn? Getrocknete Würmer. Oh nein, die haben doch Kretel, die Fische. Knoblauch. Weinbergschnecken, geil, geil. Ach, die Gurken von gestern müssen ja noch dringend weg. Ich verstehe. Drei, zwei, eins. Die kotzt. Scheiße, Mann. Ich bin ein Star, hol mich heraus. Oh nein. Ja, trink. Nein, 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 nein. Jetzt nimm halt einen Schluck auf. Runter, runter, runter. Oh mein Gott, der trinkt ist, der trinkt ist. Du hast es. Du hast es. Du hast es, Mann. Du hast es. Er ist einfach ein Tier. Wirklich. Nase zu und back damit. Yes. Boah, du Maschine. Okay, das war jetzt echt cool. Das war cool. Komm. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Als fairer Sportler sage ich Glückwunsch, Mike. Und vielleicht hast du jetzt ein paar Mark verdient, ein paar gute Auftritte und deine Gage steigt, dass du in Zukunft deine Alimente bezahlen kannst. Dann hätte die ganze Geschichte einen positiven Effekt. Ich war oft gelangweilt, aber ich hatte viel, viel mehr Spaß bei meinen gefühlten 600 Auftritten bei der Bild Dschungel Show. Das war das Schönste und heute wird, glaube ich, die lustigste Party, weil ich habe neue Freunde gewonnen. Ich bin jetzt befreundet mit Walter Freiwald. Und? Nein, lass mich, Gesitschi. Und? Und? Ich bin jetzt sehr gut befreundet mit Thorsten Legert und das ist so verrückt, das hätte ich nie geglaubt. Und deshalb bringt die Bild Dschungel Show, bringt Stars zusammen. Und ich bin wirklich jetzt ein bisschen gerührt und ich freue mich bis nächstes Jahr. Halt! 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 Lüber! Schluss! Schluss! Nein! 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 Aber ich habe dich wirklich lieb.